An ganz vielen Stellen ganz viel gearbeitet haben, auch noch in letzter Minute an der Technik. Da sind Luxemburger Piraten zu nennen, da ist der Landesvorstand NRW zu nennen, da ist die bundesweite SG Presse und die bundesweite SG Presse zu nennen und ganz, ganz viele andere, die auch noch mitgearbeitet haben. Jetzt ist es genau 20 Uhr, also würde ich sagen, wir können direkt einsteigen. Ich möchte vorab noch kurz ein paar organisatorische Hinweise geben. Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten, alle Fragen heute drankommen werden und auch nicht die Fragen in einiger Tiefe behandeln werden können, weil wir einfach nur 60 Minuten Zeit haben. Das bedeutet umgekehrt, damit wir möglichst viel trotzdem drankommen, haben wir ein Pad vorbereitet. In diesem Pad ist die Struktur für heute Abend vorgegeben und ich bitte, dass sich die Fragesteller jeweils an das aktuelle Thema dann halten, was gerade beginnt. Wir hatten vereinbart mit dem Herrn Reckling und dem Herrn Bofinger, dass wir 75 Minuten heute machen können. Okay, das macht die Zeit nicht viel weniger knapp angesichts der vielen Fragen, die wir haben, also sie ist weiterhin sehr, sehr knapp. Bitte in diesem Pad, dass ich links den Link für reingestellt habe, dass da auch drin protokolliert wird. Ja, dann würde ich vorschlagen, Matthias, magst du beginnen, damit Herrn Bofinger kurz vorzustellen? Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel vorstellen. Professor Bofinger, geboren 1954 in Pforzheim, ist seit 1991 ordentlicher Professor an der Universität Würzburg, am Lehrstuhl für VWL, Schwerpunkt Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen, wenn ich das richtig wiedergebe. Und ist seit März 2004 Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung und hat in vielerlei Hinsicht geäußert in den letzten Monaten zur Euro-Krise mit dem Schuldentilgungsplan des Sachverständigenrates und eines Sondergutachtens, was erst vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist. Vielen Dank. Dann möchte ich ganz kurz Klaus Regling vorstellen. Klaus Regling hat Volkswirtschaftslehre in Hamburg und Regensburg studiert, hat beim IWF in Washington gearbeitet und in Jakarta. Er hat außerdem gearbeitet beim Bundesverband Deutscher Banken und beim Bundesfinanzministerium. Er hat noch ganz viele weitere interessante Arbeiten zwischendurch gemacht. Aktuell ist er besonders interessant deswegen, weil er der Chef der EFSF ist und designierter Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, über den wir heute diskutieren. Ja, bevor wir die beiden bitten zu dem ersten Statement, wir sollten, bevor wir Lösungen vorschlagen oder überhaupt in die Diskussion einsteigen, erst einmal uns verständigen, was für eine Problematik oder was für eine Art von Krise wir überhaupt haben. Ich würde sagen, worin besteht das Problem, das gelöst werden soll mit dem ESM und dem Fiskalpakt? Dann welche Ursachen sehen Sie für das Problem an und warum kam es zu dieser Entwicklung? Und als alles, dann stellen Sie Ihre Lösungsansätze kurz vor. Wir würden gerne beiden von Ihnen fünf Minuten einräumen, um Ihre Position darzulegen, wenn es Ihnen recht ist. Und ich würde ganz gerne mit Professor Bofinger beginnen. Ja, vielen Dank. Für mich ist entscheidend, dass wir hier im Euroraum eine systemische Krise haben. Systemische Krise bedeutet, dass wir Staaten haben, die wie beispielsweise Italien ein sehr niedriges Dezid hat oder Staaten wie Spanien, das massiv bemüht, seine Verschuldung in den Griff zu kriegen. Und dass die Staaten einfach darunter leiden, dass sie nicht mehr zu vernünftigen Zinsen sich auf den Finanzmärkten refinanzieren können. Die Zinsen steigen trotz der ganz klaren Sparanstrengung immer weiter an. Sie unterlaufen damit die Sparanstrengung und gefährden damit das Ziel all der ganzen Konsolidierungspolitik. Und diese systemische Problematik sieht man ja sehr deutlich, wenn man beispielsweise Italien und Großbritannien vergleicht. Großbritannien hat fast das vierfache Dezid wie Italien. Großbritannien kann sich zu anderthalb Prozent Finanzmarkt langfristig finanzieren. In Italien ist irgendwo bei sechseinhalb Prozent. Und wir sehen eben hier die Besonderheit dieser Währungsunion, dass eben Staaten sich nicht mehr über die Notenbank finanzieren können, dass sie einem Insolvenzrisiko ausgesetzt sind. Und das eben anders bei einem Land in Großbritannien. Das sind von Stirling verschuldet. Das hat die Notenbank, die ist auf England im Rücken. Und damit eigentlich ist das Insolvenzrisiko überhaupt nicht ausgesetzt, kriegt niedrige Zinsen und kann damit sehr viel einfacher dann auch diese Konsolidierungspolitik verfolgen. Und die Bemühungen, die gehen muss, müssen dahin gehen, dass Staaten, die sich wirklich anstrengen, die ganz beachtliche Konsolidierungsanstrengung leisten, dass diese Konsolidierungsanstrengung nicht durch zu hohe Zinsen konterkariert werden, dass es nicht zu Teufelskreisen kommt, dass die Zinsen immer weiter ansteigen und deswegen immer weniger Investoren dann bereit zu einem Land Geld zu geben. Das heißt, man muss an dem systemischen Punkt ansetzen. Und da ist eben der ESM durchaus eine Möglichkeit, Ländern zu helfen, Ländern aus diesem Teufelskreis herauszuhelfen. Die Problematik, die ich sehe, ist, dass der ESM für Italien und Spanien von seinem Volumen her nicht ausreichend ist. Die Refinanzierungsbedarfe beider Länder in den nächsten zwei, drei Jahren sind viel zu hoch, um jetzt in Form eines klassischen Rettungspakets durch den ESM getragen werden zu können. Deswegen haben wir als Sachverständigenrat den Schuldentilgungspakt vorgeschlagen, ein Modell einer Gemeindenhaftung, die es erlaubt, Ländern, die verschuldet über die 60-Prozent-Grenze hinausgehen, in Gemeindenhaftung zu finanzieren. Entscheidend bei diesem Modell ist, dass wir eine Phase haben von vier bis fünf Jahren, wo diese gemeinsame Haftung aufgebaut wird, dass aber dann in 20 Jahren all die Anlagen, die in gemeinsame Haftung begeben werden, dann auch zurückgezahlt werden. Das heißt, es ist eine temporäre Gemeinschaftshaftung, die aber dann mit Schuldentilgung verbunden ist. Und wir haben da beim Sachverständigenrat auch eine ganze Reihe von Sicherungsmechanismen eingebaut. Die Länder müssen zum Beispiel Sicherheiten in Form von Währungsreserven hinterlegen. Die Länder müssen bestimmte Steuern identifizieren, die dafür verwendet werden. Also unser Modell geht ganz klar über den ESM raus. Einfach deswegen, weil wir einen Mechanismus finden müssen für die großen Länder Italien und Spanien. Und wenn man da mit Schwierigkeiten hat, mit all diesen Formen einer gemeinsamen Haftung, wie es der Schulentätigungspakt vorsieht, muss man sich eben fragen, was sind die Alternativen? Und die Alternativen sind eben nicht so schön, so wie die Entwicklung im Augenblick sich darstellt. Gibt es eben die eine Möglichkeit, dass die Europäische Zentralbank unbegrenzt italienische und spanische Anleihen ankauft, dann haben wir eine gemeinsame Haftung quasi durch die Hintertür, und auch unbegrenzt und unkonditioniert. Und die andere Möglichkeit, wenn die EZB nichts tut, ist eben, dass der Euro-Raum auseinanderfällt, dass wir ein unkontrolliertes Auseinanderfallen dieser Währungsunion bekommen. Und das werden erheblichen finanziellen und realwirtschaftlichen Schäden in Deutschland verbunden. Und ich glaube, das ist entscheidend bei der ganzen Diskussion über ESM und über alle Hilfsmaßnahmen, dass man eben sich ganz klar wusste, was sind die Alternativen, wenn wir nicht diese solidarische Haftung übernehmen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass wir einen Fall dieser Währungsunion kriegen, oder aber, dass wir unbegrenzte Haftung durch die EZB bekommen. Und das ist nicht gut. Und deswegen meine ich, brauchen wir den ESM. Aber ich glaube, wir brauchen auch darüber hinaus diesen Schulentwicklungspakt, wie wir den beim Sachverständigenrat vorgeschlagen haben. Im Vergleich, Herr Reckling, seine Position darlegt. Ich möchte noch einmal Sie fragen, Herr Bofinger, Sie haben mit Ihrem Kollegen Professor Feld bei der Bundestagshaushaltsausschusssitzung am 7. Mai auf die Frage geantwortet, dass der Vorschlag, den Sie eben unterbreitet haben, im Prinzip beide Möglichkeiten in Europa von der europäischen Entwicklung offen lässt. Also der Entwicklung zu einem Bundesstaat, als auch zu einem, sage ich mal, föderalen Staat, ja, Föderation, also nicht ganz so eng gefassten. Wenn Sie uns das gleich noch einmal kurz erklären könnten, dass diese Wege praktisch nicht definiert werden mit Ihrem Plan. Der Schulentwicklungspakt versucht möglichst viel mit Automatismen zu machen, möglichst viel mit Vertraglichen Regelungen. Deswegen ist es eigentlich ein Modell, das nicht in Richtung verstärkter politischer Integration geht. Ich persönlich hätte eine stärkere Präferenz dafür, dass wir auch die fiskalische Integration in Europa vorantreiben. Denn es wird immer wieder das Demokratiedezid in Europa beklagt. Ich glaube, diese Krise wäre eine Chance, mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene zu übertragen, diese Kompetenzen dann aber zu legitimieren durch das Europäische Parlament. Das heißt, wir würden damit zum einen eine effizientere Finanzierung von Staaten bekommen, auch eine effizientere Kontrolle von Staaten, aber zugleich auch diese Demokratiedezid beheben, dass wir im Augenblick und bei all dem, wie das im Augenblick läuft, ja auch ein echtes Problem sind. Vielen Dank, Herr Bofinger. Und jetzt die Gelegenheit für Herrn Regling, aus seiner Sicht der Dinge darzulegen. Vielen Dank. Ich stimme also mit manchem durchaus überein, was Herr Bofinger gesagt hat, vor allem auch, was er zum Schluss gesagt hat. Demokratische Legitimation und die Entwicklung zu mehr Europa ist sicherlich etwas, was uns weiterbringen wird. Und wir sehen ja auch wichtige Schritte in diese Richtung, jetzt bei der akuten Krisenbekämpfung. Lassen Sie mich aber ein bisschen weiter ausholen. Sie hatten ja gefragt, wo liegen die Ursachen der Krise, was muss man tun, was sind die Rezepte. Ich glaube, man muss feststellen, dass während des ersten Jahrzehnts der Währungsunion die wirtschaftspolitische Entwicklung in den Mitgliedstaaten einfach zu weit auseinandergelaufen ist. Wir wissen es von der Haushalts-, von der Budgetseite, aber es gilt natürlich auch für die anderen makroökonomischen Größen, wie Leistungsbilanz, Ungleichgewichte, Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben eine große Auseinanderdriften gesehen der einzelnen Volkswirtschaften. Das ist letztlich, dass die Einzeländer wichtige Bereiche der Wirtschaftspolitik nicht ausreichend ungeordnet haben unter den Bedürfnissen einer Währungsunion. Ein Land, das in einer Währungsunion ist, hat nicht mehr die Freiheitsgrade, die ein Land hat, das nicht in einer Währungsunion ist und das deshalb auch seinen eigenen Wechselkurs und eine Zentralbank hat, die nur für dieses eine Land zuständig ist. Es gibt hier Sachzwänge, die vielleicht nicht jedem einzelnen Land, das der Währungsunion beigetreten ist, so klar waren am Anfang. Wir hatten, dass die Krise losging 2008, die Situation, dass alles verschärft wurde durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise. Sonst wären diese Fehlentwicklungen innerhalb der Europäischen Währungsunion sicherlich nicht ganz so dramatisch geworden, wie sie es jetzt geworden sind. Was ist passiert? Was ist die Strategie? Hier halte ich es für wichtig, dass man ESM und den Vorläufer EFSF im Zusammenhang sieht mit dem, was in den einzelnen Mitgliedsländern geschieht, auf der nationalen Ebene und dem, was auf europäischer Ebene geschieht. Ich sehe da einen Dreiklang, die auf der nationalen Ebene müssen die notwendigen Anpassungen geschehen, damit die Fundamentaldaten, die auseinandergedriftet sind, wieder ins Gleichgewicht kommen. Also Wettbewerbsfähigkeit, Haushaltssituation, Leistungssituation. Hier machen alle Länder ihre Anstrengungen. Und die Folge sind viel größer, als das allgemein wahrgenommen wird. Wenn man sich schaut, was in Griechenland, Irland, Portugal, aber auch in Ländern, die bisher kein Geld von den europäischen Partnern oder dem IWF bekommen, also Länder wie Albanien und Italien, was dort geschehen ist, dann ist völlig klar, dass die Haushaltsdefizite geringer werden, dass die Leistungsbilanzungleichgewichte sich verringert haben und deshalb weiter Überschuss in Deutschland geringer wird. Und deshalb, dass sich auch die Wettbewerbsfähigkeit wieder angleicht. Selbst in Ländern wie Griechenland sind diese Anpassungsfortschritte sehr verwendbar. Nur die Medien berichten darüber nicht sehr. Die ziehen es vor, die Negativnachrichten zu vermelden. Irland und Portugal sind wirkliche Erfolgsgeschichten. Griechenland ist die große Ausnahme. Die anderen Länder machen sehr gute Fortschritte. Insofern Anpassung auf der nationalen Ebene. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Auf der europäischen Ebene haben wir heute stärkere Verfahren zur wirtschaftspolitischen Koordinierung im Haushaltsbereich, aber auch in den anderen makroökonomischen Bereichen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um auf die Einzelheiten einzugehen. Für den Agrarpakt ist da ein wichtiges Element, das dazugehört. Aber es geht eben darüber hinaus, es wird auch heute viel mehr wirtschaftspolitische Überwachung in den anderen Bereichen, die früher vernachlässigt worden sind, vorgenommen. Und wenn diese Bereiche besser funktionieren, Anpassung auf der nationalen Ebene und bessere europäische Koordinierung, dann macht es Sinn, dass man einen finanziellen Hilfsfonds hat, wie EFSF, in Zukunft ESM, der im Krisenfall Liquiditätshilfen geben kann, Kredite, die ja zurückgezahlt werden müssen, um Zeit zu kaufen, bis die Reformen und die Anpassungsmaßnahmen greifen. Und dieses Geld ist identisch mit dem, was der Internationale Währungsfonds auf globaler Ebene seit 50 Jahren erfolgreich macht. Wir haben die Situation, dass zu Beginn einer Krise, wenn eine Regierung bereit ist, die Politik zu verbessern und Formen umzusetzen, die Märkte das zunächst nicht glauben. Deshalb muss eine gewisse Zeit lang offizielles Geld auf globaler Ebene vom IWF in Europa jetzt vom EFSF und ESM zur Verfügung gestellt werden, bis die Reformmaßnahmen greifen können. Märkte brauchen einige Zeit, um die Wirkungen dieser Reformen auch positiv einzuschätzen. Wenn die Märkte das sofort tun würden, könnte man den IWF abschaffen und dann hätten wir auch EFSF und ESM nicht aus der Taufe heben müssen. Insofern sind diese Fonds sehr hilfreich, um Zeit zu kaufen, aber sie ersetzen nicht die Reformbemühungen auf nationalen Ebene. Und auf europäischer Ebene ist eben wichtig, weil die 17 Länder eine Währung haben und eine Geldpolitik, dass die Wirtschaftspolitik insgesamt besser koordiniert wird. Und da sind in den letzten Monaten eins, dass sie durch den Fiskalpakt die Voraussetzungen geschaffen wurden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Regling. Ich hätte eine Nachfrage nochmal, weil ich heute bei den Recherchen zu Ihrer Person auch einiges kritische Töne vernommen habe. Damals, als der Stabilitätspakt von Ihnen ja mit entworfen worden ist, hat man damals nicht so arg nur auf die staatlichen Defizite und auf die staatlichen Schuldenobergrenzen geschaut und hat nicht gesehen, dass eine Gefahr auch von der privaten Verschuldung und von den Geldschöpfungsmöglichkeiten der Privatbanken, also Vermögens-Asset-Price-Blasen, die sich gebildet haben, ausgehen würde. Wie würden Sie diesen Sachverhalt heute im Nachhinein bewerten? Das ist völlig richtig. Und Sie haben also gut recherchiert. Ich habe das also schon an anderer Stelle gesagt, selbstkritisch, dass wir uns zu stark auf die Budgetpolitik und den Schuldenstand konzentriert haben. Dass das ein ganz wichtiges Element ist der wirtschaftspolitischen Überwachung, das ist völlig klar und das muss es auch bleiben. Aber wir hätten schon früher diesen Teil der Überwachung und der Regelbindung der Wirtschaftspolitik erweitern sollen durch die anderen Bereiche, die Sie genannt haben, private Verschuldung, Kredit-Bubbles, aber auch Wettbewerbsfähigkeit, Einkommensentwicklung, Meistungsbilanzdivergenzen, denn die tragen auch mit zur Krise bei. Also Haushaltspolitik wird auch weiterhin ein ganz wichtiger Aspekt bleiben müssen. Deshalb auch der Fiskalpakt und der ist wichtig. Aber andere Bereiche sind verlässigt worden früher, da haben wir dazugelernt. Und das ist aber inzwischen auch auf einen guten Weg gebracht worden. Vielen Dank, Herr Rieckling. Die nächste Frage übergebe ich dann an Robert. Also meine erste Frage, eigentlich würde ich sozusagen erst Herrn Bofinger fragen, ob er all dem jetzt zustimmt, was Herr Rieckling gesagt hat. Das also insbesondere scheint mir wichtig zu sein, ist es notwendig, eben die Einkommensentwicklung und die Leistungsbilanzen, auch diese Aspekte zu überwachen. Also finde ich interessant, wenn das Konsens wäre. Also mit dem, was Herr Rieckling gesagt hat, neid es zuständig zu. Es ist klar, man muss auf allen Ebenen ansetzen und die Voraussetzung für die gemeinschaftliche Hilfe ist, dass auf der nationalen Ebene vieles getan wird. Ich finde es auch sehr gut, dass Herr Rieckling nochmal darauf hingewiesen hat, dass eben das, was an Anpassung in den Ländern geleistet wird, dass das leider in den Medien passt. Überhaupt nicht rüberkommt. Italien ist das zweitstabilste G7-Land und muss sich nur so auf den Finanzmärkten rumplagern. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Kommunikationsaufgabe, die da gestellt wird. Also insgesamt teile ich eigentlich alles, was Herr Rieckling gesagt hat. Die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, Überwachung der Einkommensentwicklung, ja, wenn man heute das Problem hat, dass in einigen Ländern die Lohnstückkosten um 10 oder 20 Prozent zu hoch sind. In anderen eben die Lohnstückkosten kaum gestiegen sind. Dann ist das und das Ganze jetzt ja doch mühsame Anpassungen erfordert über pensionäre Prozesse, weil wir den Wechselkurs ja nicht zur Verfügung haben. Da muss man sagen, die Fehlentwicklungen waren zu erkennen, schon Mitte des letzten Jahrzehnts, 2005, war eine große Diskussion über die strukturellen Inflationsunterschiede im Euro-Raum. Und man hätte erkennen können, dass das ein Problem ist. Das wurde von den offiziellen Stellen nicht aufgegriffen, weil man dann nämlich nicht nur die zu hohen Lohnsteigerungen in Griechenland oder Irland oder Spanien kritisieren müssen, sondern auch die Tatsache, dass in Deutschland eine extreme Lohnzurückhaltung betrieben worden ist. Deutschland hat, obwohl es ja nun extrem leistungsstark ist in dieser Währungsunion, in den ersten acht Jahren seine Lohnstückkosten kaum erhöht und hat damit maßgeblich zu den Ungleichgewichten beigetragen. Das heißt, hier wäre eine bessere Überwachung dringend geboten gewesen und man hätte vieles, was wir heute an Problemen haben, hätte man schon 2005 erkennen können und hätte das Ganze schon stoppen können. Das kann ich da ergänzen und ein bisschen präzisieren. Überwachung heißt natürlich nicht, dass irgendjemand in Brüssel jetzt vorschreibt, wie stark die Löhne in einem bestimmten Land in einem Jahr steigen sollen. Überwachung heißt nur, dass man exaktive Ungleichgewichte frühzeitig identifiziert. Das ergibt es ja auch auf europäischer Ebene ein neues Verfahren. Das heißt, exaktives Ungleichgewichtsverfahren klingt ein bisschen holprig, aber beschreibt genau das, was damit erreicht werden soll, nämlich exzessive Ungleichgewichte zu vermeiden. Die Wirtschaft entwickelt sich in Zyklen und es wird immer Situationen geben, wo einige Länder Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, andere verlieren. Leistungsbilanzen sollen nicht immer ein Gleichgewicht sein. Auch das Haushaltsdefizit darf ja atmen mit dem Konjunkturzyklus. Nur es darf eben nicht exzessiv werden, wo das Zurückschrauben sehr mühsam und sehr großspielig wird durch hohe Arbeitslosigkeit. Also da frühzeitig erkennen, wo Grenzen überschritten werden, dass hinterher eine Korrektur zu teuer wird für Volkswirtschaft und damit für die Bevölkerung. Das ist das Ziel. Nicht, dass alles gleichmäßig verläuft, das würde man gar nicht erreichen können. Wir wollen ja keine Planwirtschaften hier entwickeln. Aber das Exzessive, das muss vermieden werden. Und bei Lohnstückkosten hatten wir nochmal eine Situation, dass im ersten Jahrzehnt der Währungsunion die Lohnstückkosten in Ländern wie Irland und Griechenland 50 Prozentpunkte, also 50 Prozent schneller gestiegen sind als in Deutschland. Das ist übrigens in den letzten zweieinhalb Jahren zur Hälfte wieder reduziert worden, um nochmal auf den Fortschritt hinzuweisen. Wenn das noch zwei Jahre weitergeht, dann ist dieses Problem beseitigt. Aber es war einfach zu exzessiv geworden, diese Divergenz. Vielen Dank an Sie beide. Eine Nachfrage dahin geht nochmal. Die Vorgabe der EZB war ja beim Beginn der Währungsunion zwei Prozent Ziel, also Zielinflationskorridor und halt die Lohnsteigerung entlang von dem Prokultivitätssteigerung der jeweiligen Volkswirtschaften. Damals befand sich Deutschland aber in einer schweren Rezession Anfang der 2000er Jahre und hat nicht die EZB eine zu tiefe Zinspolitik geführt, damit Deutschland aus dieser Rezession herausgekommen ist und die Südländer, für die die Zinsen einfach zu niedrig waren, schon allein, weil sie wegen der Zinskonvergenz im Vorfeld der Euro-Einführung sehr viel günstiger an Geld herangekommen sind, dass die dann praktisch in einen Boom hineinlaufen musste. Ich frage deswegen, weil diese Schuldzuweisungen, die man den Südländern halt macht, immer wieder dann etwas ungerecht wären, wenn die EZB in der ersten Hälfte der 2000er Jahre doch eine Politik zugunsten Deutschlands in ihrer Zinspolitik gemacht hätte. Wie würden Sie diese bewerten? Wenn ich anfangen soll, ich denke, die EZB sollte man daran messen, ob sie ihr Ziel erreicht hat, nämlich das Inflationsziel. Das hat sie ziemlich genau erreicht, ich glaube mit 1,98 Prozent im Durchschnitt der ersten 10 oder 11 Jahre. Und daher war das Ziel und die Maßnahmen der EZB völlig richtig. Aber dass Sie in Ihrer Frage mit aufgegriffen haben, das ist, glaube ich, das wahre Problem gewesen. Dieser Übergang der Südländer von einer Situation, wo diese Länder an relativ hohe Zinsen gewohnt waren und das Verhalten aller am Wirtschaftstreiben Beteiligten auch darauf abgestellt war, mit so hohen Zinsen zu leben. Diese Zinsen sind dann ja im Übergang in die Währungsunion auf das niedrige deutsche Zinsniveau gefallen. Und da hat Prozesse ausgelöst, die dann letztlich zu den Blasen an den Hypotheken, an den Immobilienmärkten gehört haben, zu Übernachfrage, zu zu schnellen Einkommenszuwächsen, die auf die Dauer nicht nachhaltig waren. Das war der Übergang, der diese schädlichen Effekte ausgelöst hat. Das ist auf der anderen Seite beruhigend, denn das sind One-off-Effekte, die einmal passieren beim Eintritt in die Währungsunion. Insofern sollten Länder, die in Zukunft der Währungsunion beitreten, daraus ihre Lehren ziehen. Aber die Länder, die jetzt drin sind, werden diese Phase nicht nochmal durchlaufen. Es war ein One-off und wir müssen daraus lernen, dass die Effekte, die wir schon im Blick hatten in den 90er Jahren, stärker sind, als das vorausgeschätzt wurde. Es gab durchaus Diskussionen Ende der 90er Jahre über dieses Phänomen. Es ist klar, dass das die Volkswirtschaft pushen würde, die Nachfrage und die Wirtschaftsentwicklung. Es gab zum Beispiel vor dem Beitritt Irlands in die Währungsunion die Diskussion, dass Irland noch einmal zum Schluss aufwertet als Kompensation, damit die Wirtschaft nicht übersprudelt und keine Blasen entstehen. Die Irren waren zögerlich, haben dann 5% aufgewertet. Wir hatten eher 10, 15% empfohlen. Das hätte denen gut getan, um diesen Einmaleffekt zu stemmen. Das ist also für mich ein Beispiel, wo wir unterstellt haben, welche Konsequenzen dieser Übergang von Hochzinsen zu Niedrigzinsen haben kann. Daraus sollte man für die Zukunft lernen. Ich möchte gerne ein bisschen Herrn Regling widersprechen. Es war richtig, dass die EZB ihr Inflationsziel eingehalten hat, aber die Frage ist ja dann doch, ob es nicht zu eng war, von der EZB sich nur auf die Inflationsrate zu konzentrieren und nicht zu überprüfen, was an Fehlentwicklung in den Fischmärkten stattgefunden hat. Ich glaube, es wäre schon hilfreich gewesen, wenn die EZB 2004, 2005, 2006 intensiv die Entwicklung in Irland, in Spanien geprüft hätte. Und ich glaube, wenn die EZB zu einem Zeitpunkt 2005 sich geäußert hätte, in dem Sinne, dass sie sagt, da sind Kreditentwicklungen, die die Stabilität des Finanzsystems in diesen Ländern gefährden, dann wäre vieles von den Problemen, die wir haben, wäre damals vermieden worden. Und ich glaube, man muss sich ganz klar fragen, ob es noch angemessen ist, das Mandat der Notenbank nur auf die Preisstabilität zu fixieren oder aber auch gleichzeitig eine Verantwortung für die Finanzstabilität festlegen. Denn das Problem der EZB war ja, sie hat immer nur nach der Inflationsrate geguckt, die war immer sehr schön niedrig und sie hat deswegen auch die Zinsen bis Ende 2005 auf einem Niveau gehalten, zwei Prozent, was für die Gesamtverfassung des Euro-Raums auch unter Berücksichtigung der deutschen Situation, was viel zu niedrig war. Also hier, für die Zukunft, muss man ganz klar die Frage diskutieren, brauchen wir nicht ein duales Mandat, Preisstabilität und Finanzsystemstabilität, damit solche Fehlentwicklungen verhindert werden. Deren wir uns ja ein bisschen an durch die Schaffung des European Systemic Risk Boards, das es seit anderthalb Jahren gibt. Vorsitzender ist Präsident der EZB. Dieses Systemic Risk Board hat die Aufgabe, sogenannte makropotenzielle Risiken im Auge zu haben und Empfehlungen auszusprechen. Das ist, glaube ich, für die Währungsunion eine ganz wichtige Neuschaffung, die in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Aber hier werden genau diese Dinge dann beobachtet, die Herr Bofeng ja eben angesprochen hat. Vielen Dank für diese Diskussion. Robert, wollen wir jetzt erste Piraten vom Saal-Mikrofon dran nehmen? Jein. Ich würde erst noch gerne vorab die Frage klären, ob die beiden Referenten sehen, dass es einen Abschreibungsbedarf gibt oder ob es einen Abschreibungsbedarf gibt, der getragen werden muss und die Frage ist bloß, wer ihn tragen muss oder sind wir in einer Situation, dass ein Tal zu überbrücken ist und am Ende niemand schlechter dasteht? Ich weiß nicht, ob ich anfangen darf, da ich hier den EFSF leite. Das ganze Konzept, das hinter der EFSF steht und dem Konzept der 17 Regierungen des Euroraums ist darauf gerichtet, dass keine Brust, kein Abschreibungsbedarf eintritt. Auch das ist in enger Anlehnung an das, was der Internationale Währungsfonds global seit 30, 40 Jahren macht. Da kommt es auch mal zu Schuldungen, aber niemals oder in sehr seltenen Fällen zu Abschreibungen. Das sind die Ausnahmen. Solche Ausnahmen gibt es, aber das SEPT ist darauf ausgelegt, das zu vermeiden und ich bin sicher, dass bei den Ländern, bei allen Ländern, wo wir Kredite geben, auch bei Griechenland, da auch überhaupt kein Risiko besteht. Griechenland ist ein Sonderfall. Hier hat es ja für die privaten Gläubiger schon jetzt erheblichen Abschreibungsbedarf gegeben. Die privaten Gläubiger haben ja bei Griechenland vor einigen Monaten auf 107 Milliarden Euro verzichtet. ihrer Forderungen gegenüber Griechenland. Da ist natürlich Griechenland aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Wir werden sehen, wie es in Griechenland weitergeht. An allen anderen Ländern wird das übliche Konzept, dass Liquiditätshilfen gegeben werden, die mit Zinsen zurückgezahlt werden, bedienen, Zeit zu kaufen, durch das Tal zu kommen, wie sie das genannt haben, bis die Reformmaßnahmen greifen, auch für die Märkte dann sichtbar werden, diese Reformergebnisse. Und dann wird auch der Marktzugang wieder möglich sein. Bei Irland zweifelt eigentlich niemand mehr, dass das im nächsten Jahr so sein wird. Insofern läuft das genauso ab, wie es konzipiert ist. Griechenland ist ein Sonderfall. Die Ratio der Hilfen ist ja genau die, dass man die Liquiditätsprobleme löst und damit Insolvenzproblemen vermeidet. Wenn Sie Italien nehmen, mit Kohlenstandsquote von 120% und 4% Zinsen, wird Italien in der Lage sein, das hier gut zu bewältigen. Dann ist das auch nachhaltig. Wenn die Zinsen für Italien auf 7 oder 8 oder 9% steigen, dann wird es schwierig sein für Italien. Dann wird auch die gesamte Stabilität des Systems gefährdet. Das heißt, die Ratio all dieser Maßnahmen zieht genau darauf ab, dass Staaten, die von ihrem Schuldenstand durchaus in der Lage sind, mit ihrer Verschuldung zurechtzukommen, dass sie die Zinsen bekommen, mit denen das auch nachhaltig finanzierbar ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man jetzt immer diese ganzen Mechanismen kritisiert und die ganzen Garantieprobleme vorgefasst. Es ist viel schlimmer, wenn wir Italien in die Staatsinsolvenz hinlegen würden, wäre das am Ende für uns viel teurer, als wenn wir jetzt diese Garantien geben, wo bei niedrigen Zinsen auch das Risiko des Ausfalls aus dem Sprung gering ist. Da habe ich dazu direkt eine Rückfrage. Also in Griechenland hat es schon mal nicht so richtig geklappt und wie sieht das jetzt in Spanien aus? Da wird ja immer wieder gesprochen von einer Immobilienblase. Das hört sich vom Wort her so an, als müssten die platzen. Naja, die ist ja schon längst geplatzt. Also ich meine, die Immobilienblase in Spanien ist seit 2008 geplatzt. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt ein neues Phänomen ist. Und es sind ja auch schon erhebliche Wertberichtigungen vorgenommen worden. Die Wertberichtigungen, die jetzt noch anstehen, sind zumindest nach dem, wie das jetzt überprüft worden ist, in einem Bereich von 50, 60 Milliarden. Das heißt, die Risiken sind aus dieser Sicht überschaubar. Entscheidend ist allerdings, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass in Spanien die Konjunktur nicht weiter nach unten geht. Denn wie es die Lage bei den Immobilien darstellt, hängt auch davon ab, wie die Menschen Arbeit finden, ob sie laufende Einkommen haben, ob sie ihre Hypotheken bezahlen können oder nicht. Deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, den man glaube ich auch bei all diesen Rettungsmaßnahmen auch noch sehen sollte, ist, dass wir vermeiden, eine Politik, bei der jetzt immer mehr gespart wird, bei der die Konjunktur immer mehr in den Keller geht und wir quasi eine Abwärtsspirale bekommen, konjunkturell, das ist aus meiner Sicht auch einer der Gründe, wieso Griechenland jetzt sich extrem ungünstig entwickelt hat. Das heißt, also die finanziellen Hilfen, also der Zugang zu Mitteln zu vernünftigen Zinsen ist eine Seite, aber das andere ist, man muss vorsichtig sein, dass man das bei der Konsolidierung nicht überstrapaziert, weil bei Abwärtsspirale, wie das in Griechenland passiert ist, dann in der Tat ist es sehr schwierig, auch die Verschuldung in den Griff zu bekommen. Das heißt, das ist eine zweite Perspektive, die ganz wichtig ist und die aus meiner Sicht auch in der aktuellen Diskussion nicht ausreichend berücksichtigt wird. Der Wachstumaspekt wird ja heute stärker betont als vielleicht vor zwei Jahren, aber wir haben das Problem, das nehmen wir das Beispiel Griechenland, wo einfach die Einkommen zu stark gewachsen sind während der ersten zehn Jahre der Währungsunion, dass man gar nicht darum herumkommt, diese Einkommen zu kürzen. Wir haben ja nominale Geldkürzungen im öffentlichen Bereich, aber auch im privaten Sektor, wir haben Rentenkürzungen. Das ist alles sehr, sehr unerfreulich für die betroffenen Menschen, aber die Einkommen sind einfach zu stark gewachsen, es ist kein Gleichgewicht mehr da, es muss ein neues Gleichgewicht gefunden werden bei niedrigeren Lebensstandards. Das ist nach einer solchen Krise unvermeidlich. Das bedeutet, wenn Einkommen sinken, dass die Nachfrage schwach ist und deshalb ist es in gewissen Grenzen unvermeidlich, dass ein Negativwachstum entsteht. Das ist genauso in früheren Krisen gewesen, während der lateinamerikanischen Schuldenkrise in den 80er, 90er Jahren, Asienkrise 1998, oder auch in der Türkei 1999, 2000. Da sind die Einkommen gesunken, damit die Binnennachfrage. Deshalb ist das BIP gesunken, also der Nenner, wenn man Schuldenrelationen berechnet. Das liegt in der Anfangsphase dieses Anpassungsprozesses leider unvermeidlich, aber irgendwann kommt es dann zum Wendepunkt und dann geht die Entwicklung wieder nach oben, obwohl viele Analysen an den Märkten zunächst einfach kurzfristige Trends linear weiter fortschreiben und deshalb zu bestimmten Berechnungen kommen. Aber das wird dann oft unterschätzt, dass eine Dynamik in Gang kommt, die dann ins Positive geht, wenn erst die Wettbewerbsfähigkeit wiedergewonnen und wiederhergestellt ist. Vielen Dank, Herr Reckling. Bevor wir im nächsten Abschnitt dann zum letzten europäischen Ratsgipfel kommen und der Rolle vielleicht der Bundesregierung, möchte ich jetzt doch die ersten Teilnehmer am Saalmikrofon die Gelegenheit geben, Ihre Frage zu stellen und möchte beginnen mit Arne. Herr Bofinger, Sie haben gesprochen vom Teufelskreis und dass die Staaten sich nicht mehr zu vernünftigen Zinsen verschulden können. Ist aber die Staatsverschuldung nicht nur der Schwanz vom Teufel und der eigentliche Teufel, wie Sie es auch angesprochen haben, sind, ist die praktisch der feste Wechselkurs in die Euro-Länder eingegangen sind. Und warum, wenn man jetzt die Entscheidung hat und wenn man dieser Sache so große Bedeutung zumisst, warum finanziert man nicht dann die Staaten direkt über die ZB? Warum nutzt man die Geschäftsbanken als Durchlauferhitzer für funktionslose Einkommen? Denn von der Geldmenge her gesehen kommt es auch gleich heraus und die einzelnen Staaten wären dem Druck der Finanzenmärkte entzogen. Vielen Dank, Arne. Wer möchte zuerst antworten? Herr Bofinger? Also sagen wir so, wie die Situation im Augenblick sich darstellt und wir jetzt im Augenblick ja keinen ESM haben, wo die Fazilitäten des FSF begrenzt sind, meine ich schon, dass man sich überlegen muss, ob es nicht sinnvoll ist, dass die EZB in stärkerer Maße Anlagen sowohl Spaniens als auch Italiens ankauft, um zu verhindern, dass dieser Teufelskreis sich immer weiter verstärkt. Also ich kenne das durchaus überlegenswert, ob man nicht bei 4 oder 5 Prozent eine Obergrenze einzieht, um einfach die ganzen Prozesse zu stoppen. Ich meine, die Bank von England macht ja im Grunde nichts anderes. Sie macht quantitative easing, sie kauft für mehr als 300, bisher für mehr als 300 Milliarden Pfund Anleihen gekauft. Und solange diese ganzen anderen Mechanismen nicht da sind und wir zudem das Problem haben, dass der ESM ja auch für Italien, Spanien gar nicht voll ausreichen würde, als Zwischenlösung, wenn die Intervention durch die EZB vertretbar, ist ja auch so, dass die Bundesbank in den 70er Jahren im Milliardenmaßstab öffentliche Anleihen in Deutschland angekauft hat, um die Zinsen nach unten zu drücken. Es ist also nicht so wie der Regel der Geldpolitik, wenn man Anleihen am Sekundärmarkt ankauft und zumindest als Übergangslösung denke ich, wäre das vertretbar. Es sollte dann allerdings eine klare Zielvorgabe da sein, dass man dann an diese EZB-Finanzierung eine Finanzierung anschließt, die eben dann mit Sicherungsmechanismen verbunden ist, wie das eben unser Schulentwicklungspakt vorsieht. Ja, Herr Wofinger, natürlich eine andere Meinung als die Regierung oder die EZB. Wir haben das Verbot der monetären Finanzierung im Artikel 123 des EU-Vertrages und deshalb agiert es ein Grund, warum die EZB anders agiert als die Bank of England und die amerikanische FED. Aber dazu kommt ja auch, dass Marktdruck auch durchaus nützlich sein kann. Wir haben das sehr deutlich gesehen bei Italien, sobald die Zinsen ein bisschen gefallen sind, hat die italienische Regierung vor einem Jahr ihre Reformbemühungen gleich wieder ein bisschen runtergekurbelt. Das war also noch zu Berlusconis Zeiten. Das ist ja Grund, warum die Bundesregierung zum Beispiel immer sagt, es müssen erst verlässliche Koordinierungsinstrumente etabliert sein, werden, sodass wirklich die Gemeinschaft insgesamt vermeiden kann und verhindern kann, dass einzelne Staaten es nutzen, wenn zum Beispiel eine Vergemeinschaftung der Schulden stattfindet oder ein niedriges Zinsniveau überall entsteht. Erst wenn dieser Zustand erreicht ist, also am Ende eines langen Prozesses, kann man dann darüber nachdenken, für alle ein System zu schaffen, das zu niedrigem Zinsen führt, bevor so ein System vorhanden ist, ist die Gefahr von dem, was Ökonomen Moral Hazard nennen, eben sehr groß und die Erfahrung belegt leider, dass diese Gefahr tatsächlich da ist. Vielen Dank, Herr Rieckling und Herr Pofinger. Nächste Frage an Bobby79. Da sind noch welche vor mir in der Rednerliste. Okay, Sarah und Volker. Die Frage. Ja, das ist der Volker. Ich möchte ein paar Fragen stellen zum Thema, wie hart denn die Auflagen sein dürfen. Ich habe eben gehört, 50 Jahre IWF, habe ein Fachbuch gelesen, unter anderem von Prof. Dr. Michel Schausdowski und einigen anderen. Mich würde interessieren, IWF hat ja auch Auflagen gemacht zum Ausverkauf von Nachmitteln, Notreserven, Malawi, Niger, Äthiopien. IWF hat ja auch Auflagen gemacht zu drastischen Sparmaßnahmen, Gesundheitswesen, jetzt auch in Europa zusammen mit der Troika, Griechenland, Rumänien, wo Schwangeren jetzt 1.000 Euro Zuzahlung müssen. Braucht es einfach eine gewisse Menge an hungernden Menschen? Braucht es eine gewisse Menge an medizinisch unversorgten Menschen, damit ein Druck entsteht, dass die Widerspenstigkeit der Bürger gebrochen wird und sie allen Auflagen gehorchen? Vielen Dank für die Frage. Wer möchte darauf antworten? Also das ist nun wirklich eine Verzerrung der Arbeit des IWF. Es geht darum, dass in einer Krisensituation und nur dann gibt der IWF Mittel, die Probleme, die zur Krise geführt haben, angegangen werden. Und in der Regel gehört dazu, dass das Haushaltsdefizit zu groß geworden ist und nicht mehr finanziert werden kann an den Märkten, weil Investoren ihr Geld nicht bereit sind, in dieses Land zu geben. Und dann müssen in der Tat entweder Ausgaben gekürzt werden oder Einnahmen erhöht werden. Das ist in der Souveränität des jeweiligen Landes, was gekürzt wird. Der IWF macht vielleicht Empfehlungen, aber es wäre eine Verzerrung der Tatsachen zu behaupten, das findet im Gesundheitssystem statt und sollen irgendwie der Willen der Völker gebrochen werden. Das halte ich für großen Quatsch. Wenn wir heute froh sind, dass Länder wie Brasilien oder Indonesien wirtschaftspolitisch sehr, sehr erfolgreich sind, dann geht das darauf zurück, dass diese Länder in der Vergangenheit, als sie selbst in der Krise waren, sehr umfangreiche Anpassungsstrukturreformen, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ergriffen haben, innerhalb von IWF-Programmen. Das war damals auch für die Bevölkerung jeweils sehr schmerzhaft. Brasilien schon in den 80er Jahren und nochmal frühe 90er Jahre, Indonesien im Jahre 1998. Aber damit wurde die Grundlage gelegt, durch diese Strukturreformen, durch die Haushaltskonsolidierung, dass diese Länder heute so erfolgreich sind und da stehen, wo sie sind. Eine Ergänzung vielleicht dazu, Herr Regling, dennoch ist der IWF in Südamerika bei weitem nicht mehr so beliebt und die meisten Staaten haben auf weitere Kreditmaßnahmen verzichtet und in der Asienkrise haben die Länder dort die Schlussfolgerung gezogen, dass sie genug Devisenreserven mit ihren Exportstrategien und Offensiven erwirtschaftet haben, dass sie nie mehr in die Situation kommen sollen, dass der IWF bei ihnen halt hineinregiert. Also so ganz positiv wird der IWF in diesen beiden Weltregionen heute nicht mehr gesehen oder wie stehen Sie zu dieser Frage? Ne, das ist glaube ich, da müssen Sie ein paar Dinge auseinanderhalten. Natürlich ist das nicht schön, wenn man durch diese Anpassungsprozesse geht, denn es bedeutet, der Lebensstandard sinkt, Privilegien werden abgebaut. In Indonesien zum Beispiel auch gerade die Privilegien für so harte Familien, die durch die Strukturreform in Indonesien sind die Monopole, die von den Eliten beherrscht wurden, aufgebrochen worden. Das waren alles notwendige Voraussetzungen für die gute Wirtschaftsentwicklung heute. Trotzdem war es schmerzhaft und dass die Länder dann alles tun, um nicht wieder in diese Situation zu kommen, ist ja nur gut. Und die Schaffung von Devisenreserven in der Tat hilft dabei, dass man in so eine Situation nicht mehr kommt, weil man ja genug Kapital dann angehäuft hat. Das ist also kein Widerspruch dazu, dass diese Reformmaßnahmen während der Asienkrise die Voraussetzung war, dass es diesen Ländern, und das ist ja nicht nur Indonesien, sondern auch Korea und Thailand, dass es denen heute relativ gut geht. Und Brasilien ist ja nun, weiß Gott, heute eine riesen Erfolgsgeschichte. Und das hat sehr viel damit zu tun, weil dort unter Aufsicht des IWF andere Reformen umgesetzt worden sind. Dass die Erinnerung daran nicht schön ist, dass harte Anpassmaßnahmen waren, steht dazu nicht im Widerspruch. Vielen Dank. Nächste Frage an Bobby Piratus. Entschuldigung. Herr Reglin, stimmen Sie mir zu, dass der Staat sich verschulden muss, damit letztendlich Geldvermögen in privater Hand und in der Wirtschaft entstehen kann. Und wenn da, ist der ESM nicht im Endeffekt entstanden, um diesen Prozess aufrecht zu erhalten? Ja. Sicherlich richtig. Ökonomen fordern nicht, dass Staaten null Verschuldung haben sollen. Insofern ist ein Staat anders zu bewerten als ein Unternehmen oder ein Privathaushalt. Schon bei Unternehmen ist es ja nicht unbedingt notwendig, dass es null Verschuldung gibt. Es kommt immer darauf an, was mit diesen Schulden gemacht wird, wenn es produktiv investiert wird, anders zu beurteilen, als wenn es nur konsumiert wird. Das gilt auch für Staaten. Wenn die Schuldenaufnahme dazu dient, die Infrastruktur auszubauen und andere Investitionen zu täten, auch wenn zum Beispiel Ausbildung und Gehälter von Lehren dann ist das grundsätzlich positiv zu sehen. Nur es gibt Grenzen, das sehen wir immer wieder und die Wirtschaftsgeschichte ist reich an Beispielen. Wir haben das schöne Buch von Ken Rogoff über 800 Jahre Schuldungsgeschichte und Phänomen ist immer dasselbe. Es ist nicht dagegen zu sagen, dass Staaten sich verschulden, nur wenn eine Grenze erreicht wird, jenseits ihrer Investoren nicht mehr bereit sind, diese Verschuldung weiter zu finanzieren oder auch nur zu wälzen und auslaufende Verschuldung zu erneuern, dann ist das Land halt in einer Krise und dann muss etwas geschehen und wenn es dann nicht die Institutionen gäbe, wie auf globaler Ebene der IWF und auf europäischer Ebene EWF und ESM, dann würde die Anpassung eben sehr viel rapider und schneller erfolgen müssen, weil dann sofort die Einnahmen auf das Niveau der Einnahmen heruntergeschraubt werden müssen. Das ist dann viel schmerzhafter, als wenn man von öffentlicher Seite diese Sekuritätshilfen bekommt, um Zeit zu kaufen, damit die Maßnahmen geordnet umgesetzt werden können und dann eines Tages die Märkte den Erfolg sehen und auch wieder die Finanzierung erfolgen kann. Entscheidend ist bei diesen Rettungsmechanismen ja gerade, dass die Ersparnisse, die Bürger haben in Form von Staatsanleihen, sei es, dass das direkt in Staatsanleihen gespart ist, sei es, dass es in Banken ist, die wieder die Staatsanleihen als Sicherheiten haben, sei es, dass es Versicherungssparen ist, wo die Versicherung wieder die Staatsanleihen halten, entscheidend ist, dass man diese Ersparnisse erhält, dass man also vermeidet, dass der Staat in die Insolvenz getrieben wird aufgrund zu hoher Zinsen und damit eben diese Geldvermögens Position bestehen bleiben, denn wenn ein großen Spiel insolvent werden würde im Euro-Raum, dann wäre das eben die Vernichtung all des Geldvermögens, dass Private in Banken und Versicherungen haben. Genau das zu vermeiden ist die Ratio dieser Rettungsmechanismen. Danke, Herr Bofinger. Nächste Frage geht an Bobby79. Schönen guten Abend, Herr Bofinger, schönen guten Abend, Herr Riedling, Robert Stein, Bobby79 mein Name. Wir haben jetzt hier viel über diese Systemkrise gehört, die ja auch darin begründet liegt, dass die Wettbewerbsfähigkeit gerade der Peripherieländer im Süden eigentlich nicht mehr hergestellt werden kann, beziehungsweise aufgrund der gemeinsamen Währung und da fehlen dann auch von Abwertungsmöglichkeiten innerhalb der Union im Prinzip nur über die Lohnstückkosten zu bewerkstelligen sind. Wäre es da nicht ein Ansatz zu sagen, wir führen wieder nationale Währungen ein als Parallelwährung, aber wir gestalten die Wettbewerbsfähigkeit nicht komplett flexibel, sondern teilflexibel, um halt Auf- und Abwertungsschocks zu verhindern, damit man halt Step-by-Step wieder die Wettbewerbsfähigkeit der Länder herstellen kann, quasi im Sinne einer Politik einen Schritt zurückzugehen, um zwei Schritte vorwärts zu machen, wobei man halt die Flexibilität, jetzt unabhängig davon, ob der aktuelle rechtliche Rahmen das hergibt, wobei man die Flexibilität der Wechselkurse eben zum Beispiel jährlich verändern könnte. Im ersten Jahr eine Schwankung von plus minus 2,5 Prozent jetzt fiktiv mal daraus gesetzt zulässt, im zweiten Jahr 5 Prozent, bis man halt wieder eine Wettbewerbsfähigkeit hergestellt hat, um dann wieder gemeinsam mit einem starken Euro nach vorne zu gehen. Wie stehen Sie zu dieser Idee? Diese Parallelwährungsideen klingen ja ganz bestechend, weil man nicht so den ganz harten Schritt machen muss, dass man aus der Währungsunion austritt, sondern man macht quasi einen weichen Schritt, dass man jetzt noch eine zusätzliche nationale Währung einführt. das Problem ist eben bei diesen Parallelwährungsvorschlägen, dass derjenige, der in der Parallelwährung bezahlt wird, ein Problem hat. Also Herr Mayer von der Deutschen Bank hat das ja vorgeschlagen, den Geuro, dass der griechische Staat jetzt einen Teil seiner Zahlung dann nicht mehr in Euros, sondern in Geuro macht. Er hat zugleich gesagt, er geht davon aus, dass dieser Geuro um 40 oder 50 Prozent abwertet gegenüber dem Euro. Und dann sieht man das Problem, wenn der griechische Staat seine Bediensteten oder Rentner mit dem Geuro bezahlt, dieser Geuro gegenüber dem Euro um die Hälfte quasi abgewertet wird, der Rentner und der Staatsbedienstete aber seine Mietwohnung bezahlen muss und da die Miete weiterhin in Euro stattfindet, wenn er vielleicht auch Zinsverpflichtungen hat, die in Euros sind, dann sieht man, dass das unglaubliche Spannungen mit verbunden sind mit solchen Parallelwährungsvorschlägen. glaube ich, man kommt an den harten Entscheidungen nicht vorbei, entweder drin zu bleiben und dann diesen schmerzhaften Prozess der internen Abwertung zu machen, aber Herr Regling hat das ja gesagt, da ist doch auch einiges schon an Fortschritten geschehen, also die Länder bewegen sich ja da alle in die richtige Richtung oder aber den anderen großen Schritt zu machen und zu sagen, okay, wir lösen diese Währungsunion auf. Allerdings haben wir dann die ganze Problematik flexibler Wechselkurse und Herr Regling hat ja die Asienkrise angesprochen, wenn Sie da die Abwertungsraten sich angucken, die indonesische Rupia ist, glaube ich, auf ein Viertel oder ein Fünftel ihres Wertes eingedampft worden, das heißt, wir kriegen dann ganz extreme Verzerrungen, die dann sowohl in den Ländern, wo abgewertet wird, zunächst mal große Probleme machen, die aber dann vor allem bei uns in Deutschland probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit schaffen Wenn ich da kurz nochmal interveniere, sicherlich die Probleme sehe ich auch, Herr Wuffinger, aber mein Vorschlag war ja auch deswegen, eben nicht die Wechselkurse komplett frei zu gestalten, sondern einen gewissen Spielraum dort zu geben, dass man eben sagt, die können jetzt in einem ersten Jahr von plus 5 bis minus 5 Prozent zum heutigen Niveau quasi schwanken, im zweiten Jahr noch meinetwegen von plus minus 8 Prozent, um eben dann dadurch eben eine weiche Landung hervorzuheben oder zu schaffen. Eben klar, sonst haben wir ja die Schocks, wenn wir jetzt einfach alles frei machen, dann haben wir auch von Abwertungsschocks und das geht runter und drüber. Darauf zieht mein Vorschlag ab. Schwebt Ihnen da jetzt so ein System vor wie das europäische Währungssystem, das wir also von 79 bis 98 hatten? Ja, eigentlich eine ähnliche Geschichte, genau, wie ein EQ. Der EQ war ja mehr ein Warenkorb, wenn ich das richtig verstehe oder verstanden habe. Und da haben wir ja auch gesagt, wie es auch ähnlich bei Bettenwutz damals war, da hatten wir auch eine Zeit lang relativ feste Wechselkurse, dass man eben sagt, jetzt eine Zeit lang der Grieche, der Geuro, die Drachme wird parallel eingeführt und die Drachme hat eine Wechselkursflexibilität zum Euro um plus bis minus fünf Prozent gemessen zum aktuellen Stand. Na gut, da ist auch das Problem, dass es da spekulative Attacken geben würde, dass es Kapitalflucht geben würde, weil die Leute vielleicht nicht so sicher wären, ob das tatsächlich auch angehalten wird. Also man muss sich da nichts vormachen, sobald man nationale Währungen in welcher Form auch immer ins Spiel wieder einführt, dann haben wir eine ganz neue Form von Stabilität und das ist eben die Währungsspekulationen, die spekulativen Attacken. Und wie muss man sich rumschlagen und dann muss man entweder aktivieren, dass die Märkte dann die Wechselkurse, die man vorgibt, einfach zerschlagen oder man muss dann wieder im großen Stilbereich sein, Länder helfen, die unter Abwertungsdruck geraten und das ist eigentlich genau da, wo wir heute auch sind. Vielen Dank, Herr Bofinger. Herr Reckling, ich möchte gleich zum nächsten Fragenden gehen, weil die Zeit wirklich rasant fortschreitet. Der nächste Fragesteller ist Kandidat. Mein Name ist Jörg Strucker. Ich habe eine Frage noch mal zu dieser Zinsstruktur bei ESM. Wir haben ja gehört und man sieht es ja auch aus der Geschichte, wenn man es nach der Beendigung des Fragenden Wurzabkommen und die ungebremsede Lageentschöpfung, die ja letztendlich diese ganzen Blasen möglich machen, indem man eben sich Kapital holen kann mit einem Fertzerhebel und irgendwelche Dinge investiert, die es gar nicht gibt. Wenn es jetzt Staaten unter Druck ist, wie sie das sagen, warum, nimmt man nicht einfach den maßlicher Vertrag an der Stelle ein bisschen ernst und in die Instruktion der Gestalt ein, dass man beispielsweise die 60% vom BIP Verschuldung, die der maßlicher Vertrag zulässt, soweit ich das noch weiß, einfach zu beispielsweise 0% von der EZB direkt finanziert und einen zweiten Schritt der ESM nimmt und sagt in Ordnung, die Staaten, die mehr als diese 60% brauchen, die bekommen einen Kredit vom ESM, soweit er durch Realvermögen hinterlegt ist, heißt Hypotheken, irgendwelche Botschatz, Müerfrechte oder eben Edelmetalle, Bank, Zentralbank und sowas und erst dann die darüber hinaus gehenden Kreditbedarf, den sich die Länder dann holen können oder wollen, der macht eine Reihe Kapitalmarken da, sollte dann auch wirklich wieder Risiko der Rendite sein, wenn sie nicht was jetzt gehabt haben letztendlich, ja, das neue Zahl hat, die Daten kommen zu einer Frage auf, die Frage ist, warum man das diesem ESM nicht jetzt einbaut, warum geht man wieder den Weg, dass man sagt, man überlässt die Preisbildung merken, sagt man kauft sich Zeit mit einem Schirm ESM, dann kauft sich Zeit, bis der Markt Vertrauen findet, das ist ja die Ursache. Vielen Dank Kandidat, Herr Reckling, wollen Sie antworten? Ja, gerne, ich habe das ja schon gesagt, Zeit kaufen ist das Konzept in der Tat, denn um die Anzung auf nationaler Ebene führt kein Weg dran vorbei, man kann diesen Anpassungsbedarf strecken und das ist eben möglich, indem man Liquiditätshilfen gibt, die Idee, dass eine Zentralbank Geld verschenkt, halte ich also mit einer Marktwirtschaft nicht für vereinbar, wir haben zwar heute eine Situation, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig sind, am kurzen Ende sogar manchmal negativ neuerdings, aber das ist natürlich ein Symptom, die Krise und sowas auf Dauer zu fordern und das würde der Vorschlag, den wir eben gehört haben, ja implizieren, würde es natürlich zu Inflationen führen, das kann also nicht Ziel einer vernünftigen Geldpolitik sein, in einer Krise ist manches möglich und deshalb sind die Zinsen so niedrig, deshalb hat auch die EZB mal interveniert am Markt, aber das kann keine Dauerlösung sein und der Vorschlag war ja alles unter 60% mit 0 Zinsen zu finanzieren, das wäre so ein Dauervorschlag, das würde dann sicherlich eines Tages in Inflationen enden, ich habe aktuell viel weniger Inflationssorge als der durchschnittliche deutsche Bürger, aber so ein Vorschlag würde irgendwann dann tatsächlich dazu führen, das kann also nicht sein, zweiter Teil des Vorschlags, dass in dem Maße, wie ein Land tatsächlich Reserven hat, Dinge privatisieren kann, vor allem, dass das genutzt wird, um Schulden abzubauen, ist sicher sinnvoll, ist ja auch Teil aller Anpassungsprogramme in Griechenland, Portugal, auch Italien denkt jetzt in diese Richtung, Spanien tut es auch, also Privatisierung führt direkt zu Schuldenbeziehung und das ist natürlich in dieser Situation, wo der Schuldenstand in den Südländern zu hoch ist, ein vernünftiger Weg. Vielen Dank, Herr Henging. Ich muss ganz kurz mal Bezug nehmen auf den letzten, wie vorhin schon gesagt, auf den Euro-Ratsgipfel und die Unterschiede, die in den Einstellungen der Regierungen Deutschlands, Italiens, Spanien und Frankreich dort aufgeschieden sind. Wir haben dort die Situation, dass eigentlich das Problem darin besteht, dass wir in der Währungsunion nicht die institutionellen Rahmenbedingungen haben, um eine Bankenaufsicht und eine Überwachung herzustellen, wie der Ratsbeschluss ja eigentlich geäußert hat, dass das herstellbar sein soll. Was für einen Zeitrahmen, glauben Sie, benötigen wir, um eine zentrale Bankenaufsicht in Europa zu installieren? Frage 1. Und der zweite Teil, welche Rolle spielt in diesen Rettungsmaßnahmen der letzten zwei, zweieinhalb Jahre die deutsche Regierung? Wie würden Sie deren Vorgehen bewerten? Weil in dem Sachverständigen Sondergutachten, Herr Wofinger, wurde ja eine deutliche Kritik an der Bundesregierung und ihrer Vorgehensweise geäußert, wenn Sie damit beginnen würden. Erstmal ist für mich eigentlich das Problem, dass man die Entwicklung mit denen konfrontiert ist, dass man die eigentlich schon seit anderthalb Jahren hätte sehen können. Es war ziemlich wahrscheinlich, dass die Krise jetzt nicht nur in Griechenland eingedämmt werden kann, sondern dass sich ausbreitet. Es war klar, dass sie auch Länder wie Spanien und Italien erfasst. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Regierung schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren sich überlegt hätte, wie können wir bei der europäischen Integration einen großen Schritt machen, machen, der eben beeint eine wirsame Kontrolle über nationale Fiskalpolitiken von Ländern, die sich unsolide verhalten, durch eine europäische Institution mit Mechanismen, die auch eine gemeinsame Haftung dann ermöglichen, dass eben die Länder, die sich wirklich bemühen, die auch dann tatsächlich zu vernünftigen Zinsen ihr Geld bekommen. vielleicht die Frage vorhin noch mal kurz, null Zinsen für Staatsanleihen wäre zwar ganz gut für die Staaten, aber wir müssen eben sehen, die Staatsanleihen sind das Gegenstück zu sehr viel Geldersparnissen von Privaten, vor allem auch im Bereich der Altersvorsorge. Wenn wir da null Prozent Zinsen haben, dann schauen sehr viele Menschen bei ihrer Altersvorsorge die Röhre. Was den Zeitbedarf angeht, Bankenaufsicht, da drüchte ich, dass der Zeitbedarf größer sein wird, als jetzt der Zeitbedarf, den man wahrscheinlich hat, um spanischen Banken zu helfen und je nachdem, wie die Entwicklung eben in Spanien ist, wäre es hilfreich, wenn man direkt über den ESM oder EFSF den spanischen Banken helfen kann, um diese negative Vernetzung von Staat und Banken zu lösen und das wäre eigentlich eine vernünftige Maßnahme gewesen, jetzt mit dieser Bedingung, dass die Banken Aufsicht erst etabliert sein muss, das wahrscheinlich zu lange, um da vernünftig im Fall von Spanien dann die notwendige Unterstützung zu leisten. Ich möchte jetzt gerne nochmal zurück auf unseren Plan, dass wir, wir hatten vorher sieben Themen ausgemacht, die wir behandeln wollten, jetzt haben wir nur noch wenige Minuten, dass wir da wenigstens noch ein paar davon behandeln. Eine Frage bezieht sich darauf, ob es vertretbar ist, Banken Pleite gehen zu lassen. Herr Bufinger, Sie haben geschrieben, dass also die Verquickungen der Finanzindustrie derart eng sind, dass man also auch die spanischen Bausparkassen retten muss. Können Sie da nochmal genauer sagen, erstens, inwiefern sind da die Verknüpfungen so eng und zweitens, was droht, falls wir die spanischen Banken da nicht unterstützen würden? Ich habe mich nicht in dieser Richtung geäußert. Ich habe gesagt, wenn die spanischen Banken systemisch sind, dann sollte man ihnen auch helfen, dann ist es auch ein gemeinschaftliches Interesse, ihnen zu helfen. Ich kenne die Zahlen nicht, ich weiß nicht, wie die Vernetzungen sind, aber ich finde es eben etwas fahrlässig, wenn man von vornherein sagt, die Banken müssen eben insolvent werden, dann müssen eben die Gläubiger verhaften, das ist eben Marktwirtschaft. Je wie die Vernetzung mit anderen Banken sind, ist es sehr gefährlich, denn wir müssen einfach sehen, Banken haben einen Eigenzahl, wenn man das wirklich auf die Bilanzsumme bezieht, vielleicht von zwei oder drei Prozent. Das heißt, der Spielraum, um nun mit größeren Verlusten zurechtzukommen, ist außerordentlich gering und deswegen, das ist eben dieses systemische Problem aus meiner Sicht etwas, was man sehr ernst nehmen muss, aber um das genau beurteilen zu können, braucht man einfach die Daten über die Vergnüpfung, die habe ich nicht, aber ich würde eben deswegen auch nicht von vornherein sagen, wie das ja viele meiner Ökonomenkollegen sagen, lass doch Banken einfach insolvent werden, das ist kein Problem, das ist mir zu einfach. Da hat Herr Bofinger völlig recht, Banken sind etwas anderes als ein Industrieunternehmen, gibt diese gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen, deshalb muss man vorsichtig sein, auf der anderen Seite fordert niemand von den Regierungen der Euro-Länder, dass nie eine Bank pleite gehen darf, ganz im Gegenteil, die Europäische Kommission, die ja für Wettbewerbsfragen das letzte Wort hat, achtet sehr genau darauf, dass staatliche Beihilfen nicht an Banken gegeben werden, die praktisch insolvent sind. Dann muss es wirklich zu einer Abwicklung kommen, das kann auch sein, dass dann eine gesunde Bank eine andere übernimmt oder dass eine Bad Bank gegründet wird. Natürlich sind die Einlagen gesichert, bis mindestens 100.000 Euro in allen EU-Ländern, aber es gibt hier keine Garantie, dass alle Banken am Leben erhalten werden. Das ist eine falsche Sichtweise, die ich oft in den Medien lesen. Das ist aber nicht die Haltung der 17 Regierungen. Da habe ich noch eine kurze Rückfrage. Sie haben jetzt gesagt, das Kriterium wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, ob die Banken sich selbst tragen können, ob es möglich ist, die wieder auf die Beine zu stellen. Das ist ein anderes Kriterium als die Frage danach, ob sie systemisch relevant sind. Wie sehen Sie das jetzt im Zusammenhang? Welches von beidem soll denn nun das Kriterium sein? Wenn es sich um eine systemisch relevante Bank handelt, man dann vorsichtig sein sollte. Aber die Liste der systemisch relevanten Banken ist relativ klein. Hier gibt es eine Liste die vom Finanzstestability Board bei der BITS angesiedelt von 20 Ländern erarbeitet worden ist. Ich glaube, da sind 28 Banken drauf. Bei denen ist man sich einig, dass die nicht pleite gehen können. Das ist implizit die anderen können schon. Man muss natürlich trotzdem vorsichtig sein und eventuell die Abwicklung dann strecken. Aber in diesen Fällen wird man das ins Auge fassen. Wie gesagt, die Europäische Kommission hat klare Ansichten und auch Leitlinien, wie das gemacht wird. Das bedeutet natürlich sowieso, dass für alle diese Banken, wenn sie in Probleme kommen, an erster Stelle die Anteilseigner ihre Anteile verlieren. In sofern die Beteiligung der Anteilseigner der Banken sowieso gesichert als erster Schritt. Und nur wenn das nicht reicht, wird man weiter Maßnahmen wie Deutschland durch die SoFin zum Beispiel geschehen ist oder wie jetzt in Spanien über EFSF ESM Geld hineingeben. Aber auch dort Banken, die davon profitieren, verlieren als erstes die Anteilseigner ihre Anteile. Wie stehen die spanischen Sparkassen nicht auf dieser Liste der 27 oder 28 systemisch relevanten Banken? Oder bin ich da falsch informiert? Das ist richtig. Ja, die sind nicht systemisch, die sind nicht in dieser relativ kleinen Liste von 28 enthalten. Gibt es keine absolute Garantie und man wird sich das im anderen Fall anschauen, wie man damit umgehen und wie gesagt, die Europäische Kommission wird da ein sehr wichtiges Wort mitreden. Danke an die beiden Herren. Bevor auf die letzte Frage Trennung Geschäfts- und Investmentbanken kommen, die du stellen wirst, Robert, ganz kurz vorher nochmal die Problematik. Im auf die europäische Ebene vorzunehmen, wenn ein stringentes Regelwerk in Währungsunion definiert werden könnte, also Richtung einer fiskalpolitischen Union. Auf der anderen Seite wollen aber die Länder die Hilfe erwarten und zum Gewinnmaß Auflagen, wie sie beide sagen, schon erfüllt haben und auf dem Weg sind, sich Leistungsbilanzdefizite zu reduzieren. Die wollen erst die Hilfe und dann erst den Souveränitätsverzicht und die Verlagerung. Speziell ist es auch ein Problem zwischen Frankreich und Deutschland. Ich sehe das als eines der grundsätzlichsten Probleme überhaupt für die nächsten Monate, weil die Märkte erwarten hier eine Einigung, wie man vorgeht. Also diese Einigung steht aus. Wie bewerten sie diese problematischen Situation? Es geht ja nun wirklich um komplexe Zusammenhänge, schwierige politische Entscheidungen, die ja auch der Sicht der Europäischen Union und der Europäischen Integration über lange Zeit, über Jahrzehnte prägen werden, dass alle 17 Staaten, die den Euro nutzen zurzeit oder noch über die 27 in der EU von herein die gleiche Meinung hätten. Das kann man überhaupt nicht erwarten in solchen grundlegenden Fragen, wie die europäische Integration weitergehen soll. Also ich finde es ermutigend, dass es doch einen Grundkonsens gibt, dass die Antwort auf die Krise sein sollte, mehr Europa. Es gibt ja auch durchaus andere Stimmen, aber der Konsens unter den Regierungen ist, dass es mehr Europa geben soll. Das ist auch mit den Dingen, die ich ganz zu Beginn schon angesprochen habe, stärkere Überwachungsverfahren, nicht nur in der Haushaltspolitik, auch in den anderen makroökonomischen Bereichen, mehr Finanzmarktaufsicht zentralisiert auf europäischer Ebene, eine klare Souveränitätsübertragung. Wir haben jetzt schon gesehen, das soll weitergehen. Wir sehen also durch diese Krise schon jetzt eindeutig einen Weg zu mehr Europa. Das wird jetzt noch wesentlich weiterzugehen und dass man da nicht von vornherein in allen Ländern die gleiche Meinung tritt. Das finde ich also überhaupt nicht verwunderlich. Auch die schwachen Länder vor allem erst mal Geld fordern und das andere Sagen soll später kommen. Das finde ich auch nicht verwunderlich. Das muss man sich einigen. Zu Deutschland und Frankreich gibt es in der Tat noch das Sonderproblem, dass Frankreich immer schon etwas zögerlicher war, Souveränität zu breit diskutiert wird, aber die Erfahrung mit der europäischen Integration der letzten 60 Jahre zeigt, dass auch gerade Deutschland und Frankreich immer wieder letztlich zu einem Konsens gefunden haben, auch wenn es vorher kontroverse Diskussionen gibt. Vielen Dank. Wenn es nicht unbedingt sein muss, ich finde, das ist eine politische Frage in erster Linie und wir haben hier in erster Linie jetzt volkswirtschaftliche Experten und deswegen würde ich gerne die letzten vier Minuten nutzen, dass wir zu der Frage übergehen, ob die Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken sinnvoll ist. Die Idee dahinter ist ja klar. Die Idee ist, dass bei Geschäftsbanken das Risiko kleiner ist und dass auf diese Weise das Risiko, dass Investmentbanken eingehen, nicht auf die Geschäftsbanken automatisch übertragen wird und damit die Wahrscheinlichkeit, dass Banken gerettet werden müssen, sinkt. So möchte ich nochmal kurz beide Referenten zu bitten, Stellung zu nehmen. Mein Modell würde den Banken überlassen, ob sie mehr Investmentbanken Banking machen oder mehr Commercial Banking für mich wäre das Allerwichtigste für mehr Stabilität im Finanzsystem, dass die Banken ihre Verflechtung untereinander drastisch zurückfahren, denn die Systemrelevanz ergibt sich vor allem daraus, dass wenn eine Bank zusammenbricht, dann die Banken B, D und E zusammenbrechen. Deswegen sollte eine Bankenregulierung darin bestehen, dass die Verflechtung zwischen Banken so gering hingehalten werden können, dass im Zweifelsfall auch eine Deutsche Bank morgen früh insolvent werden kann und alle anderen Banken stehen bleiben. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Weg, wie man die systemischen Probleme in den Griff bekommen kann, wie man dann auch die Haffung setzen kann, weil man eben weiß, dass keine Banken mehr systemisch ist, in dem Sinn, dass sie andere Banken abgrund reißen, dann können auch sehr viel stärker Insolvenzen durchziehen und ich glaube, das ist für mich der sehr viel erfolgversprechendere Weg, als traditionelles Banking, also die Idee der kleinen Bank, die Spareinlagen entgegennimmt und Immobilienkredite vergibt, vielleicht auch ein paar Geschäftskredite, das ist eben in der Realität doch sehr schwer zu finden und deswegen mein Vorschlag reduziert die Vernetzung zwischen den Banken, dann können die Banken weiterhin entscheiden, wie sie ihre Geschäfte aufteilen. Ja, ich glaube, das ist etwas zu einfach zu sagen, einfach trennen, weil Investmentbanken Banken öfter gerettet werden müssen. Wir sehen ja in Spanien, dass es die Sparsten sind, die jetzt Probleme haben und auch in Deutschland waren es die Landesbanken, die viel Geld gekostet haben. Das muss ja die Länder auch finanzieren und die Sparkassen verbinden. Das war in Deutschland einfacher als in Spanien, aber die Probleme gab es ja auch. Also diese Probleme hat man damit nicht im Griff. Es gibt ja so andere Modelle. Es geht darum, einmal das Too-Big-to-Fail-Problem zu lösen. Also Banken sollten nicht so groß werden, dass sie dann systemisch werden und dass zu viele Banken systemisch werden und dass von daher man um eine Rettung nicht herum kommt. Das ist glaube ich ein wichtiger Ansatz. Und sicherlich sollte man bei Finanzinstitutionen wie zum Beispiel Versicherungen AIG in den USA war ein Beispiel, die einen kleinen Bereich hatten, wo sie Hedgefonds Aktivitäten betrieben haben, so etwas nicht wieder vorkommt. AIG als Versicherung musste gerettet werden, weil eine etwas fachfremde Aktivität im Hedgefonds Bereich zu riesen Valorien geführt hat. Insofern müssen da einfach die Absichtsmöglichkeiten verlerkt und verbessert werden, damit das nicht wieder vorkommt. Vielen Dank an die beiden Herren. Ich muss dennoch, Robert, noch einmal, bevor wir dann in die Verabschiedungsrunde schon übergehen müssen, wir haben jetzt schon eine Stunde 15 Minuten, Sie beide doch noch mal, weil Herr Bufinger nicht zur Antwort kam, vorhin fragen, wenn eine Währungsunion und die Sachzwänge, die ökonomischen, die Sie beide heute Abend dargelegt haben, die zwingen doch eigentlich zu einer Vergemeinschaftung der Aktivitäten. Setzt dieser Sprung in diese Union, in diese doch relativ zentral zu steuernden Elemente einer Währungsunion nicht die nationalen Sonderbedürfnisse etwas zurück? Ja, man muss sogar sagen, dass auf der nationalen Ebene die Demokratie vielleicht sogar temporär beeinträchtigt wird. Und verstehen Sie vor diesem Hintergrund nicht diese Ängste und Sorgen in den Bevölkerungen? Ich glaube, wenn wir heute die deutsche Bevölkerung fragen würden, wäre die relativ skeptisch, also gegenüber den Rettungsmaßnahmen. Diese Angst, also demokratische Willensprozesse, die bisher nur auf Nationalstaatsebene erkämpft worden sind und dort fundiert vorliegen, die gibt es auf der europäischen Ebene nicht. Und glauben Sie nicht, dass dieser Druck, der im Augenblick, dieser Sachzwang, der von der ökonomischen Seite einfach kommt, und gar keine Zeit lässt, das in aller Ruhe eine demokratische Föderation aufzubauen, die notwendig wäre, damit die Bevölkerung mitgenommen werden kann? In der Tat ein Spannungsverhältnis, das ist völlig richtig, aber ich würde jetzt nicht Ihnen zustimmen, dass es auf europäischer Ebene überhaupt keine demokratische Legitimität gibt. Wir haben das Europäische Parlament, wird jetzt ja auch intensiv darüber diskutiert, wie man in dieser Situation, wo mehr Souveränität auf die europäische Ebene übertragen wird, in einigen kleinen Bereichen haben wir es, ich habe das angesprochen, man denkt über sehr viel mehr nach jetzt, in der Haushaltspolitik, aber auch in der Bankenunion, politischen Union, dazu gehört dann aber auch die Entwicklung der demokratischen Legitimität, das ist völlig richtig. Darüber wird ja auch nachgedacht, diskutiert, gearbeitet, es wird nicht von heute auf morgen gehen, das verlangt natürlich auf jeden Fall, dass die EU-Verträge geändert werden, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass der Präsident der Kommission oder vielleicht der Vereinigte Präsidenten Kommission und Rat direkt vom Bürger gewählt wird, dass das Europäische Parlament zusätzliche Rechte bekommt, dann aber auch in der Konstellation der heute 17 Euro-Staaten wichtig werden kann, dass eventuell zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten überlegt werden zwischen Europäischem Parlament und den nationalen Parlamenten, das sind alles Dinge, die richtigerweise in diese Richtung deuten und ich finde auch, das ist die notwendige Ersetzung der Übertragung von Souveränität im Wirtschaftsbereich. Vielleicht noch ergänzen kann, ich sehe es ähnlich wie Sie, Herr Reckling, für mich ist die Krise so gesehen auch eine Chance, eine Chance, dass man den Integrationsprozess vorantreibt, dass man auch entsprechend dann die Integration parlamentarisch legitimiert, denn da fehlt es ja auch und ich glaube, man sollte jetzt auch nicht zu viel Angst haben, dass dann von Brüssel alles bestimmt würde in Deutschland, wenn man jetzt mal die Aussicht nimmt über die nationale Fiskalpolitik und wenn man dann wie Deutschland das eine nationale Schulenbremse hat, dann gäbe es und wenn ein Land diese Schulenbremse auch einhält, gäbe es überhaupt keinen Grund, dass eine europäische Institution in diese nationale Fiskalpolitik eingreift. Das heißt, lange Länder auf der nationalen Ebene sich stabilitätsorientiert verhalten und wäre eben ausweislich die Einhaltung von der Schulenbremse, dann wäre es nicht nötig, dass Brüssel jetzt rein regiert, sagt, welche Steuern man braucht, um die Einnahmen zu finanzieren, welche Ausgaben man vornehmen sollte. Das heißt, man kann sich also durchaus einen Prozess vorstellen, wo wir fiskalisch vorangehen, wo wir Kontrollen haben über Budgets, aber eben nur für die Länder, die eben tatsächlich Probleme haben mit der Schulenbremse, die hohe Defizite haben und die Länder könnten eigentlich in ihrer nationalen Autonomie weiter Fiskalpolitik betreiben. Vielen Dank. Ich würde gerne vor der Verabschiedung noch einmal zusammenfassen, was ich jetzt so als Konsens von Ihnen gelernt habe. Falls Sie damit nicht verstehen, würde ich mir kurz widersprechen und danach kommen wir dann zum Ende. Also erstens, es müssen nicht alle Banken gerettet werden, sondern nur systemisch relevante und keiner der beiden Referenten wollte behaupten, dass die spanischen Sparkassen systemisch relevant seien. Zweitens, es ist in der Zukunft von entscheidender Bedeutung nicht nur auf die Haushaltsdefizite zu gucken, sondern auch auf die Leistungsbilanzen, auf die Entwicklung der Lohnstückkosten und die private Schulde. Sehen Sie, kann ich das so als Konsens festhalten? Also im zweiten Punkt, nach meiner Meinung auf jeden Fall. Beim ersten haben Sie mir ein bisschen zu schnell die Schlussfolgerung gezogen, wenn nicht alle Banken gerettet werden müssen und die spanischen Sparkassen sind nicht systemisch, dann haben Sie im Grunde impliziert, dass man die ruhig alle dicht machen kann und dem würde ich nicht zustimmen. Ich sehe es, Herr Reckling. Vielen Dank an die beiden Referenten. Lassen Sie mich noch einmal Fragen zum Abschluss, wie Sie so eine Podiumsdiskussion, wie wir sie hier bei den Piraten organisieren, empfunden haben. Es ist relativ schnell die Zeit vorbeigegangen. Wir haben jetzt 21.20 Uhr. Das haben Sie bestimmt noch nicht gemacht und wie unterscheidet sich das von anderen Podiumsdiskussionen, die Sie bisher erlebt haben? Ich finde es eine sehr angenehme, auch eine sehr gut strukturierte Diskussion. Es war sicher ein Unterschied jetzt vielleicht zu anderen Diskussionen, dass jetzt Herr Reckling und ich nicht so fundamentale Unterschiede in den Diskussionen haben. Also ich glaube, wenn ich jetzt mit Herrn Sinn die gleiche Diskussion geführt hätte, dann wäre das wahrscheinlich sehr viel besser abgeworfen. Aber ich denke, da Sie jetzt ja noch eine Runde machen, wo dann auch jetzt Gegner des ESM kommen, ist das vielleicht informativer, als wenn man jetzt zu viel Konfrontation in einer Veranstaltung hat. Ja, egal. Das war sicher einer der Unterschiede. Das haben Sie gut vorbereitet, alles gut strukturiert und wir haben glaube ich auch eine Menge wichtige Fragen abhandeln können. Ich bin in der Tat ein bisschen betrübt, dass ich auch die Kritiker, die Sie beim nächsten Mal einladen werden und einladen wollen, dann nicht antworten kann. Aber vielleicht gibt es dazu ja noch eine andere Gelegenheit. Also nehme ich Sie gerne beim Wort, Herr Reckling, wenn Sie uns auch in Zukunft kurzfristig zur Verfügung stehen, wenn hochrangige Ökonomen bei uns auftreten oder Gegner des ESM, dann laden wir Sie gerne wieder ein. Und wenn mein Terminkalender zulässt, mache ich solche Dinge sehr häufig und gerne, weil ich das auch für wichtig halte, dient ja der Aufklärung. Und meine Institution EFSF, ESM in Zukunft können ja nur wirklich sinnvoll arbeiten, wenn auch ein Grundverständnis in der Bevölkerung da ist und die Parteien sind die Multiplikatoren, wie man an die Bevölkerung Informationen gibt, wie die Institutionen funktionieren, ob das sinnvoll ist, was wir machen. Insofern ist es Teil meiner Arbeit hier mit Informationen zu geben, mich an der Diskussion zu beteiligen, damit einfach das Verständnis steigt. Denn durch die Medien fühle ich mich oft nicht wirklich gut abgedeckt. Deshalb sind solche Diskussionen auf jeden Fall sinnvoll. Die gleiche Einladung gilt natürlich auch für Sie, Herr Bufinger. Sie sehen aber auch, dass die Piratenpartei sich vorbereitet, also eine neue Art von Teilhabe zu ermöglichen an Leute. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Zuhörern wir heute hier hatten innerhalb der Partei, aber auch außerhalb. Es hat zwei Livestreams gegeben. Und ich muss Robert fragen, ob vielleicht nicht sogar noch eine Aufzeichnung in irgendeinem Radiosender zu sein wird. Ja, also wir hatten fast durchgehend etwa 300 Teilnehmer hier jetzt in Mambel. Dazu kommen natürlich eben, wie Sie erwähnt haben, die Livestreams. Da weiß ich nicht, ob wir irgendwie herausfinden können, wie viele dazugehört haben. Es ist geplant, dass die Aufzeichnung gesendet wird bei Radio Weser TV. Das ist ein Sender hier in Bremen. Okay, für alle Beteiligten möchten wir darauf hinweisen, es gibt eine Wiki-Seite der Projektgruppe ESM. Dort findet ihr alle Informationen. Auch die Wiki-Seiten der drei AGs, die die Projektgruppe bilden, AG Europa, AG Wirtschaft und AG Geldordnung und Finanzpolitik, bieten wunderbare Informationen. Dort sind auch die anderen Podiumsdiskussionen verfügbar. Ich möchte jetzt unsere beiden Gäste hier verabschieden. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier teilgenommen haben. Stopp mal eben. Kai wollte noch irgendwas sagen vorher. Ja, ich wollte noch eine Frage stellen. Und zwar ist es für uns das erste Mal, ich gucke mit einem lachenden Weinenauge, erstmal danke ich Ihnen sehr, sehr toll und sehr informativ. Nur es sind unglaublich viele Fragen stehen geblieben. Wir konnten leider, da sich das auch im Pad vorher schon viele gestellt worden sind, nicht alle beantworten. Wäre es okay für Sie, wenn wir die Fragen sammeln, filtern und vielleicht an Sie weiterleiten, ob Sie noch die ein oder andere, wenn Sie Zeit haben, beantworten können? Grundsätzlich sind wir auch dazu da, aber irgendwo hat es natürlich auch Grenzen, wenn man zu einer anderen Arbeit kommt. Ich würde Ihnen auch empfehlen, auf die Webseite der EFSF zu schauen. Wir haben dort einen sehr, sehr umfangreichen Fragen- und Antworten-Katalog entwickelt. Der ist also für jedermann zugänglich. Und ich denke, dass viele Fragen, die wir heute nicht diskutieren konnten, dort bereits beantwortet werden. Ich würde Sie einfach bitten, sich das mal zu schauen. Und wenn es dann noch Fragen gibt, die dort nicht beantwortet sind, dann können Sie die gerne schicken. Also das gilt auch für den Sachverständigenrat. Wir haben auch zu unserem Betriebungspakt im Internet eine Seite, wo alle Fragen, die aufgetaucht sind, auch beantwortet werden. Also auch da bitte erst mal sehen, was wir da an Fragen beantworten und dann kann man ja mal weitersehen. Okay, vielen Dank. Das ist auch super, denn eine Sache hat der Robert und der Matthias noch nicht erwähnt. Wir führen nämlich auch das ESM-Info-Portal hier intern. Und dann werde ich diese Kataloge direkt dorthin verlinken und dann werden sich, denke ich mal, 90 Prozent der Fragen auch dann schon klären lassen. Deswegen für den Hinweis sehr, sehr vielen Dank. Gut, und es hat mich gefreut, mitmachen zu können. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Regling. Und auf Wiedersehen, Herr Wofinger. Ja, mir hat das auch Spaß gemacht. Das war wirklich eine sehr angenehme sachliche Diskussion. Denn eine große Diskussion im Augenblick sind ja enorm emotional, enorm aggressiv. Und das fand ich jetzt also sehr angenehm, dass das also doch in einer sehr sachlichen Atmosphäre alles verlaufen ist. Danke auch von mir. Dann können jetzt die Aufzeichnungen beendet werden und der Vorschlag ist, dass sich alle, die noch Lust haben, treffen im rollenden Thaler, um wild zu diskutieren. Dann könnt ihr euch auch gern zum Dresen der AG Europa gehen. Also sie müssen nicht alle in einen Raum gehen. Das werden dann sehr viele Leute sein. Also ihr könnt euch auch aufteilen. Ja, vielen Dank an die ganzen Zuhörer. Und die nächste Veranstaltung wird wahrscheinlich am 7. August sein mit zwei Experten, die dann gegen den ESM open werden. Und dazu bleibt noch sagen, bitte schickt uns jegliche Kritik, Anregungen und weitere Dinge einfach an mich. Wir nehmen uns jede einzelne Sache, ich habe auch schon ein Pad gesehen, nehmen wir uns zu Herzen und wir lernen davon. Heute haben wir zum Beispiel gelernt, dass wenn so viele Leute kommen, weil das Thema so heiß ist, dann müssen wir uns noch viel besser uns vorbereiten und schreibt uns einfach, womit wir euch noch besser das Ganze präsentieren können, weil unser erstes und wichtigstes Anliegen ist, euch zu informieren. Deswegen hat sich diese Projektgruppe gegründet und das wollen wir tun. Und je mehr Kritik konstruktive von euch kommt, desto besser können wir das tun. Und ansonsten freue ich mich dann alle im rollenden Thaler zu sehen. Vielen Dank an Matthias und Robert, die das einfach, muss man einfach sagen, heute wieder top gemacht haben. Vielen, vielen Dank.